Scheiße, Alter! Bitte, mach das nicht! Nein, bitte! BABAAA! Gehen wir los und regeln die Scheiße. Wir werden das schon regeln. Er kann nicht laufen. Er kann nie wieder laufen. Seh ihn dir doch mal an. Er heult die ganze Nacht um so einen Scheiß. Mann, ich will so einen Scheiß nicht hören. Wir müssen das jetzt endlich mal klären, Mann. Verdammt. Das ist deine Crew, deine Familie, Mann. Dann musst du irgendwas machen. So geht's nicht weiter. Charlene? Was ist? Ich hab was zu erledigen. Was? Ja, ist was geschäftliches. Davon wird er nicht wieder laufen, Markus. Du weißt genau, was ich gehen muss. Hi. Ist die sauber? Ja. Wo hast denn die her? Majestic. Haben wir ein Okay vom Majestic? Ja. Weiter drüben links. Ich hab echt kein gutes Gefühl bei der Scheiße. Die sind zu viert. Ja, das ist gelaufen. Fahr mir nach Hause los. Gib mir die Knarre. Ja? Gib mir die Knarre. Weiß ich mal alleine, ihr Wichser. Was ist denn denn hier? Was ist denn? Ich mach keine Scheiße, Alter. Bitte, mach das nicht. Nein, bitte. BABAAAAR! Oh! Oh! BABAAAAR! Alles okay? Ja. Was geht's? Geht's dir gut? Ich auch ab. Ich geh mal ins Bett, hm? Was ist passiert? Echt? Lüg mich nicht an. Da ist Blut auf deinen Schuhen. Vielleicht ist dieses Leben nichts für mich. Ist er tot? Nein. Leider nicht. Männer verstecken ihre Gefühle. Du begreibst deine, Marcus. Ja, ich kann aber nicht anders, Charlie. Nein, ich kann sie nicht an. Wenn committee'll Parkinson coucheside nicht an. Eine, wir müssen diese Gefühle geben. ? Bye. Machart.